Aeha's Walk Okay, als erstes stürmen Sie den Stützpunkt. Wenn Sie ihn gesichert haben, werden Sie Kallians Truppen auslöschen. Dann gibt sie ganz sicher auf und muss sich vor ihm verantworten. Commander, Kane befiehlt unseren Soldaten nicht gegen die Invasoren vorzugehen. Das ist Wahnsinn, sollen Sie sich abschlachten lassen? Ich respektiere Ihre Loyalität zu Kane, aber im Namen der Bruderschaft und der Menschheit spreche ich die Bitte aus, stoppen Sie diese Mission. Und wir, Sie und ich, wir finden schon einen Weg aus dieser Krise. Bitte, Kommand, Sie sind meine einzige Hoffnung. Tut mir leid, Verräter werden nicht unterstützt. So, so, dann mal los. Empfange Nachricht. Übernehmen Sie Kallians südlichen Stützpunkt, indem Sie die Kommandozentrale... Genau, wir kennen es ja schon. Feindliche Basis in Sicht. Natürlich. Feindliche Einheiten in Sicht. Endlich. Macht die mal kaputt. Kann ich Ihnen helfen? Vorsichtig. Einheit wird angegriffen. Na, dann macht die hier alle kaputt. Ich warte. Ziel erfasst. Na, komm. Angriff. Räume wegfrei. Los. Und die noch. So, und jetzt... Das. Ich höre. Verstehe. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich will nicht zu viel kaputt machen. Der Nächste. Roger. Wie gesagt, zu viel will ich halt nicht kaputt machen. Eliminieren. Zerstören. Natürlich. Weiter geht's. Vorwärts. Einheit wird angegriffen. Na, komm. Pulverisieren. Zerstören. So, okay, Jungs. Ich kann helfen. Marsch. Feindliche Einheiten in Sicht. Marsch, Marsch, Marsch. Was gibt es? Was brauchen Sie? Marsch, Marsch. Betriebsbereit. Neue Bauern. Initialisiert. Gebäude besetzt. Perfekt. Einsatzzies erreicht. Kaliens südlicher Stützpunkt ist jetzt auf ihrer Seite. Schlachtfeld erweitert. Perfekt. 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 Erobern oder zerstören Sie den Tempel von Nord, um Kaliens Stützpunkt auf dem Ayers Rock zu übernehmen. Kaliens Hauptquartier muss unversehrt bleiben. Kaliens wird für Ihren Verrat bezahlen. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Wir brauchen definitiv... Baut. Neues Bonusziel. Baut. Abwehr. Ähm. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Erstmal zehn Stück. Feindliche Einheiten in Sicht. Geht nämlich schon gut los. Bau abgeschlossen. Neues Bonusziel. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Oh, ungeeigneter Bauplatz. Bla, bla, blub. Ungeeigneter Bauplatz. Feindliche Basis in Sicht. Baut. Bau abgeschlossen. Stealth Panzer Einsatzplan. Okay, den brauchen wir. Feindliche Einheiten in Sicht. Upgrades fahren. Ähm, ich brauche mindestens noch... Davon noch welche. Da noch welche von... Einheit wird angegriffen. Stealth Panzer Einsatzbereit. Kann ich irgendwie helfen? Ich weiß, was Sie meinen. Jetzt wird geerntet. So miese Ratte, ey. Ich kann helfen. Stealth Panzer Einsatzbereit. Upgrade abgestimmt. Jetzt aber. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau. Jetzt wird geerntet. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Stealth Panzer Einsatzplan. So, was haben wir da? Den sollen wir übernehmen? Jetzt wird geerntet. Okay, 10.000. Nicht viel. Ungeeigneter Bauplatz. Störsender. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wow. Ich glaube, es hackt hier. Mhm. Bau abgeschlossen. Oh, wow, 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 wow. Ungeeigneter Bauplatz. Waffen initialisiert. Mach den mal kaputt hier. Ja. Unglaublich. Das ist aber hier nicht wert. Er nicht. Der Sonder wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Das ist aber hier nicht wert. Naja, da haben wir die nächsten. Dies wunderbare Leucht. Geht mal zurück. Machen wir erstmal nicht. Wir haben jetzt vier Sammler. Wir müssen uns beeilen. Betriebsbereit. Noch sind wir nicht auf Tour. Einheit wird angegriffen. Jetzt sind sie da. Zurück. Er kommt aber auch jetzt wirklich. Ich warte. rücke vor. Continuierlich. Erledigt. Zerstören. Natürlich. Erledigt. Los, komm schon. Alter. Eine Einheit. Abgeschlossen. Ging alles. Keindliche Einheiten in Sicht. Wir verstecken uns dort. Upgrade abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Baut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Initialisiert. Mann, Mann, Mann. Endlich. Bleib zu Hause, Mann. Einheit wird angegriffen. Das Tiberium wird uns befreien. Wir müssen das anders regeln. Feindliche Einheiten in Sicht. So. Ausbildung. Wir müssen da ran. Ich brauche. Den haben wir ja, ne? Den, den. Den haben wir. Ich brauche, brauche. Den. Den. Vier Sammler. Einer bleibt hier zu Hause. in der sich. Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Mach die doch mal kaputt hier. Los. Pulverisieren. Vorhin konntest du auch da hochschießen. Endlich. Ziel bestimmt. Feindliche Einheiten in Sicht. Erte zu viel nie gekannt. Oh. Ja. Mehr Tiberium. Dreimal los. Einheit wird angegriffen. Initialisiert. Ja. Räume Winkel. Ja, ja. Keine Ahnung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nein, wir müssen kommen. Marsch, marsch, marsch. Wir brauchen die Kohle. Einer bleibt zu Hause. Hier geht man mit zurück. Wir verstecken uns dort. Grüne Felder. Du bist safe. Das ist in Ordnung. Aber was ist mit dem Tiberium? Feindliche Einheiten in Sicht. Okay. Versuch mal. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Eine Einheit gegen alles hier. Das ist ein bisschen... Die Bruderschaft vertraut mir. Bisschen vage alles. Die Bruderschaft vertraut mir. Bau abgeschlossen. Sehr gut. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Neue Bauoption. Perfekt. Stealth-Panzer einsatzbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Upgrade abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Einheit gefördert. Sehr gut. Da ist das übel, ey. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mann, 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 Mann. Los, Leute. Wir brauchen Kohle hier. Du kannst mal hier weiter sammeln. Äh, du kannst hier auch weiter sammeln. Wir brauchen mehr. Die anderen zwei, äh, drei holen von da vorne. Das ist in Ordnung. Den wollen wir übernehmen. Und den müssen wir auch übernehmen. Kann ich irgendwie helfen? Ja, wir versuchen die jetzt erstmal zu holen. Ja, natürlich. Und die dann wegzumachen. Was gibt es? Feindliche Einheiten in Sicht. Neue Bauoptionen. Genau, jetzt können wir Mutanten bauen. Ausbildung. Bisschen auf Masse. Äh, Verteidigung werden nice. Wenn wir da was bauen können. Abgeschlossen. Bauen wir schon mal in der Hinterhand. Passt. Ähm, den bauen wir. Oh, Tempel von Nod können wir auch schon bauen. Das ist gut. Tempel von Nod können wir auch schon bauen. Okay, es ist ja soweit alles im... Bereich, der hier hinten nicht. Chemiefabrik. War so klar. Schneller. Schneller. Wir haben für unser Ziel Mutanten rekrutiert. Bonus-Ziel erreicht. Sehr schön. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ja, okay. Ah, hier ist auch. Ich bin kein Halt-Botschafter. Einheit verlobt. Wir sind nicht wie die anderen. Stealth-Einheit geortet. Ja, 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 ja. Ich weiß. Reparieren. Scanner in der Nähe. Ja, komm. Mehr Kohle, mehr Kohle. Feindlicheinheiten in Sicht. Mehr Kohle brauchen wir. Ja, das ist durch. Das ist gut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Schon wieder immer da hinten, ne? Oh, jetzt hat er aber... Baut. Sammler wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Der mit seinen verkackten... äh, äh... Dings, ey. Einheit befördert. Einheit befördert. Einheit befördert. Einheit befördert. Ja, 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 komm. Einheit verloben. Baut. Okay, machen wir es anders. Den abbrechen. Den hinbauen. Ziel wählen. Da brauchen wir mal ein bisschen was. Strahlenkanone einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Wir werden abgeschossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Feindliche Einheiten in Sicht. Mann geht der mir auf den Knüppel, ey. Einsatzbereit. Wir werden kämpfen. Sonder wird angegriffen. Nords Pläne werden durchgesetzt. Betriebsbereit. Stealth-Einheit geordnet. Gehen. Wir fangen die an. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Nein, Mann, Mann, ey. Der geht mir jetzt hier mal echt mal ganz... ...reparatur läuft. ...heftig auf dem Arsch, ey. Feindliche Einheiten in Sicht. Ungeeigneter Bauplatz. Einheit verloren. Ungeeigneter Bauplatz. Oh, Mann. Wir werden Kapps für Strahlenkanone einsatzbereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich schwöre, der gleich knallt's da oben. Mann, Mann, Mann. Baut. Wir brauchen Kohle, Mann. Bau abgeschlossen. Stealth-Einheit geordnet. Schon besser. Feindliche Einheiten in Sicht. Schon besser. Wir werden kämpfen. Wir bleiben unvergleichbar. Unser Strahlenkanone einsatzbereit. Mach mal. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. So, komm. Den drücken wir da oben was rein. Drücken. Bau abgeschlossen. Okay. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau uns. Ausbildung. Bau mal ein bisschen mehr. Wie sieht's hier eigentlich aus? Avatare abgeschlossen. Okay, die ersten Avatare kommen jetzt. Wir werden kämpfen. Schon mal gut. Baut. So, jetzt hier hinten. Wir werden kämpfen. Gut. Ihr kämpft. Das ist schön. Das freut mich. So. Oh, da baut schon wieder eine ganze Truppe da auf. Einheit wird angegriffen. Geht der mir dezent auf den Puffer. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ach. Was du nicht sagst. Bumpel. Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbildung. So, Jungs. Bau abgeschlossen. Mach dich mal kaputt jetzt. Einheit wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Oh, Energie wird langsam geschnapp. Baut. Baut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Auch noch was. Hier ist auch noch ein Liegt noch was. Da müssen wir noch mal ran. Feindliche Einheiten in Sicht. Oh, Attacke. Wir bleiben unvergessen. Strom. Strom. Ähm. Warte. Raffinerie bauen. Mach dich doch mal kaputt hier, ey. Wir bleiben unvergessen. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir werden kämpfen. Ja, sehr gut. Wir holen uns, was hier noch ist. Was ist da? Money. Sehr gut. Vorwärts. Money können wir gebrauchen. Wir werden kämpfen. Ah, Alter. So. So. Avatar. Feindliche Einheiten in Sicht. Sehr schön. Hol euch das mal. Sehr gut. Feindliche Einheiten in Sicht. Salter. Avatar. Interessant. Sehr gut. Sammler wird angegriffen. Was machst du denn hier auch hier oben? Bist du denn besoffen? Tiberium ist die Lösung. Dies wunderbare Leuchten. Wieso fahrt ihr da oben hin? Seid ihr noch bekloppt oder was? Dieses Land ist reich. Erdnach. Ah, diese dämlichen Sammler, ey. Mehr Tiberium. Ja, das wird er nicht überleben, alles klar. Kannst du wieder vergessen. Mann, 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 ey. Ja, natürlich wird er angegriffen. Was denn auch sonst? Komm jetzt. Ja. Wer hätte es gedacht, hä? Oh, Leute. Ungeeigneter Bauplatz. Lett mich doch am Fuse, ey. Mein Gott. Oh, mehr davon, mehr davon, mehr davon. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Notmods. Feindliche Einheiten in Sicht. Notmods brauchen wir auch eine ganze Menge. Aber ich muss die da oben jetzt erstmal wegknüppeln. Wir werden kämpfen. Strahlen kann ohne online. Irgendwann wird das gar nichts mehr. Nord braucht mehr Land. Muss ich da... Avatar-Bereichheit wird knapp. Wir werden kämpfen. Echt nochmal was hinbauen, nur damit ich da die Dings hinbauen kann. Unglaublich. Wir bleiben unvergessen. Einheiten in Sicht. Aufwägge Kampf. Ja, mach mal. Ihr dürft gerne Gas geben. Ich hab nix dagegen. Waffen unterstößt uns wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Was zum... Tiberium ist Macht. Wir schenken nicht wie die anderen. Sie werden uns nie vergessen. Ja, komm. Hier, Big George. Ich warte. Avatar-Bereich. Notmods ist bereit. Der nächste. Sehr gut. Feindliche Einheiten in Sicht. Sehr gut. Die haben wir abgewehrt. Aber da kommt schon das nächste Scheißerchen. Vorwärts. Einheit wird angegriffen. Fangen wir an. Wir warten. Ran. Macht hinne. Sammelt. Wir werden kämpfen. Sammeln, sammeln, sammeln. Den muss ich mir da holen. Wir sind nicht wie die anderen. Genau. Macht die mal kaputt da. Verrückt die Kerne. Ungeeigneter Bauplatz. So, ähm... Waffenfabrik. Feindliche Einheiten in Sicht. Baut. Was ist... Geht mal hin. Hälfte mal. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Vertigo. Notmod ist bereit. Okay. Wir werden kämpfen. Bau abgeschlossen. Zielbereit. Wir brauchen ein bisschen mehr Tiberium. Wir werden kämpfen. Notmod ist bereit. Baut. So, komm. Schmeiß die Bombe dahin. Wir sind nicht wie die anderen. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Was ist... Da sind sie. Mach's weg. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. So, jetzt... So, Notmods. Erstmal nur Notmods. Sammler wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mhm. Bau aus. Wir werden dir bleiben und vergessen. Mein Gott. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Systemcheck. Notmod ist bereit. Skrump, wir werden hier. Ja, wir brauchen ein bisschen weniger... Ein bisschen Verteidigung. Baut. Stealtheinheit geordnet. Mhm. Avatar. Und das Systemcheck wird angegriffen. Ja, ja. Komm, ist klar. Notmod ist bereit. Aber was du kannst, kann ich schon lange. Neues Ziel erfasst. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Bau abgeschlossen. Notmod ist bereit. Skrump, wir werden hier. Alter, was da für eine Welle hat der. Das ist... Avatar bereit. Ekelhaft. Ekelhaft. Stealtheinheit geordnet. Grüne Felder. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Vorsicht jetzt. Nichts machen. Ihr geht zurück. Wir müssen warten. Ungeeigneter Bauplatz. So, okay. Wir sind nicht wie die anderen. Die anderen können wir uns auch noch holen. Machen wir uns an die Arbeit. Mehr Gebäude. Marsch, marsch. Holt ihr ihn euch? Feindliche Einheiten in Sicht. Vorwärts. Sehr gut. So. Alter, Alter. Ist das hier heftig. Betriebsbereit. Gebäude besetzt. Er damit initialisiert. Salt hat es bereit. Ich warte. Upgrade läuft. So. Die Erwerbierung ist Macht. Er sammelt meine Händen. Man kann nicht genug haben. 20 Einheiten in Sicht. Initialisiert. Interessant. Holt ihr den Notmod? Upgrade-Loi-Waffen initialisiert. Her damit. Macht euch mal fit hier. Interessant. Ich habe noch keine starke Verteidigung. Also diese Prisma-Dinger. Notmod ist bereit. Gebt Gas, Leute. Wir haben nur noch drei Erntemaschinen. Kann das sein? Natürlich durch. Wir werden kämpfen. Nur im Auge walten. Notmod ist bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Gehen wir auf die Jagd. Notmod ist bereit. Los geht's. Jetzt wird geerntet. Zack, das läuft. Avatar bereit. Notmod ist bereit. Wir brauchen mehr. Okay, holt euch das. Unzureichende Mittel. Notmod ist bereit. Ja, ja, ich weiß. Es wird geerntet. Strahlenkanone einsatzbereit. Muss ich jetzt einen verkackten Tempel von Not auch mal bauen. Notmod ist bereit. Notmod ist bereit. Notmod ist angegriffen. Einheit wird angegriffen. Da sieht sie aus. Geleitet zum Ziel. Komm mal zurück. Und reparier dich mal. Notmod läuft. Tiberium ist die Lösung. Ladet ab. Notmod ist bereit. Strahlenkanone einsatzbereit. Stealth-Panzer. Einheit wird angegriffen. Notmod ist bereit. Rückzug. Wir bleiben unvergessen. Betriebsbereit. Wir haben ja noch einen Asse im Ärmel. So ist es ja nicht. Jetzt sind sie dran. Sehr gut. So. Du bleibst erstmal hier. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das passt schon. Jungs, nein. Ihr werdet nicht dorthin fahren. Wir müssen warten, bis sich das neu gebildet hat. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gut gemacht, Jungs. Was ist? Alle zusammen. So, ihr macht nix weiter. Tiberium ist Macht. Du wartest. Avatar. Herder mit Waffen initialisiert. Abgrade läuft. Avatar. Feindliche Einheiten in Sicht. Initialisiert. Interessant. So, langsam. Sind die dann auch voll abgegradet. Also fast zumindest. Vorwärts. Avatar. Waffen initialisiert. Avatar. Betriebsbereit. Avatar. Marsch, marsch. Blau kommt langsam wieder. Okay. Stealth-Panzer einsatzbereit. Wir sind durch. Die zwei warten hier. Du machst nix. Wir dürfen keine Zeit verlieren. T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ah. Tempel von Nord. So. Zeitspaß zu haben gleich. Oh, knapp. Strom ist schnapp. Na, Jungs. T-T-T-T-Tab. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Dann mach mal. Und dann werden wir dir da oben erstmal in Steinzeit Bomben. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Perfekt. Schon wieder da. Guck dir das an, ey. Das ist Wahnsinn. So. So, mehr Strom. Ja, natürlich. So, ich baue die nur ungern dahin, aber was willst du machen? Bisschen Strom brauchen wir. So, wie sieht es denn mit dir aus? Auch nicht, auch nicht, auch nicht, okay. Waffen initialisiert. Dem fehlt wahrscheinlich jetzt nur noch die Flamme. Amateur. Interessant. Betriebsbereit. Ah, da fehlen eigentlich nur noch die Flamme-Dinger. Flamme wird gebaut, ist okay. Ah, blau ist auch schon wieder gut dabei. Tiberium ist nachvoll. Tiberium ist nachvoll. Tiberium ist nachvoll. Tiberium ist nachvoll. Wir brauchen noch mehr. Genau, zwei Minuten und 38 knallt's. Und zwar nicht zu knapp. Ich müsste eigentlich da versuchen, die Dinger da oben zu übernehmen, aber das ist echt nicht leicht, weil da oben die auch noch bewacht sind. einsatzbereit. Aber was ist mit dem Tiberium? Ausbildung. Da müsste ich erstmal ordentlich mitnehmen. Kämpfer durchladen! Hey, Andreas, schön, dass du reinschaut. Äh, schön, dass du hier bist. Ja, mir geht's super. Und dir? Ich hoffe, alles gut. Kämpfer durchladen! So, komm. Waffen initialisiert. Dann müsste der jetzt auch durch sein. Einheit verloben. Avatar. Kämpfer durchladen! So, Nummer eins, fertig. Sehr schön. Wie war deine Woche so? Kämpfer durchladen! Feurige Zerstörung. Das Tiberium wird uns befreien. Kämpfer durchladen! So. Waffen initialisiert. Feindliche Einheiten in Sicht. Jaja, komm. Ist gut. Hör auf zu blabladen. Hier, komm. Mach einfach. Kämpfer durchladen! So, hol dir den. Her damit. Strahlenkanone einsatzbereit. Die Dinger sind aber auch verdammt teuer, ey. Betriebsbereit. Der Nächste, der fertig ist. Voller Weg frei. Kämpfer durchladen! Also, ich kann bei mir nicht klagen. Meine Woche war eigentlich ganz schön. nur ein bisschen kurze Nächte, aber ansonsten war es voll ganz gut. Nein, 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 nein. Diese Ratte. Na, wollen wir mal? Lass ja, mein Ding ist ja zufrieden, ey. Ich glaube, es hackt. Du greifst den nicht an. Oh, Alter, ist der krank, ey. What the? Alter, der ist doch krank mit seinem Ding hier. Anstrengend, okay. Viel zu tun. Alter, ich habe so das Gefühl, der wird uns hier nochmal überrennen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir verschwenden Zeit. Erledigt sie. Atomrakete bereit. Hi, Hopper. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Jetzt reicht es mir hin, ja. Alter, what the? Boah, der ist doch, guck du, buh. Okay. Ruck, Zug. Das ist ja Wahnsinn, ey. Dann denkst du, baust du hier einen vorgeschobenen Dings hin und dann kommt sowas hier an. Ein bisschen Rückzug, ein bisschen Rückzug. Alter, das ist ja ekelhaft hier. Macht sie kaputt hier. Alter, ein Avatar gegen alle hier. Kommt, Jungs, ihr könnt mithelfen. Alter, was ist der? Das ist doch wahnsinnig, was der da macht. Boah, wo kommt das alles her? Das ist ja Urre. Ich warte. Einheit wird angegriffen. Das ist ja Urre. Massenschlacht. Ich hab kein Zeug, ey. Ich werd irre. Ich brauch Kohle. Ja, 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 komm. Alter, Alter. Das ist doch krank hier. Los, alle Mann ran. Wir müssen alle helfen. Müssen wir abwehren. Der hat meinen Turm da oben kaputt gemacht, ne? Diese Gatte. Alter, der ist doch krank, jeder Typ. Leicht stressig gerade. Gehen wir auf die Jax. Schwarze Hand einsatzbereit. Ich warte. Man sieht so aus, als ob wir das... ...gerade so nochmal abwehren können. Schwarze Hand einsatzbereit. Gehen wir auf die Jax. Was ich angestellt habe, ich hab keine Ahnung. Ich hab nur mich verteidigt gerade. Das ist echt übel. Feindliche Einheiten in Sicht. Alle Mann mal zurück. Lass ihn rankommen hier. Komm, den noch weg. Übel, ey. Nochmal zurück. Kommt nochmal zurück. Alter, ey. Das war ja gerade echt heftig. Notman ist bereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Einheit von Unbegriffen. Nochmal, das macht den kaputt hier. Ziel erfahren. Feindliche Einheiten in Sicht. Alter, sowas hab ich auch noch nie erlebt hier. Noch eine Mann zurück. Beschützt mir das hier, ja? Alter, Walter. Strahlenkanone einsatzbereit. Das ist ja furchtbar. Äh, Jungs, ihr macht da. Okay, ist in Ordnung. Ich wollte eigentlich nach da oben mir das Zeug jetzt so langsam mal holen. Aber. Hier ist gerade die Hölle los. Aber dass der hier so lange durchgehalten hat, diese super Elite-Einheit, ist schon heftig. Wo willst du denn hier zu... Mann, Mann, Mann. Der wollte schon wieder nach da oben. Mal hier ne eiern. Schwer angeschlagen. Reparieren. Feindliche Einheiten in Sicht. Schlammepanzer. Schlammepanzer. Einheit wird angebrochen. Einemissierung. Ein Ziel. Wunder. Auf den Boden. Boah, schon wieder Upgrade? Das gibt's doch nicht. Ah. Mein Gott. Waffen initialisiert. Hier bleibt erstmal alle hier. Alter, der hat hier wirklich einen reingedrückt, aber ohne Ende. Einheit wird angegriffen. Wahrheit. Aber gleich schnallt's. Gleich schnallt's nochmal richtig. Atombomben ist gleich fertig. In Position. Wir kommen. Initialisieren. So. Wenn noch so ne Welle, die überlebe ich nicht. Atomrakete bereit. Wir haben die Rakete. Feindliche Einheiten in Sicht. Atomrakete gestartet. Mach mal kaputt. Bau abgeschlossen. Wir haben die Rakete. Ah, da haut er ab. Feigling. Kämpfe. Upgrade. So. Diese Sache ist schon wieder unter Kontrolle. Ich bin froh, dass er hier nicht in die Basis eingefallen ist. Also wäre ein bisschen heftig gewesen. Mann, Mann, Mann. Ich muss auch mal gucken. Ja, äh, muss ich zur Zeit. Gegen die Verräterin, äh, Kilian. Gegen die muss ich zur Zeit ran. So. Irgendwie upgraden. Strahlen kann ohne online. Initialisiert. Ebenwerte. So. Ähm. Bitte davon noch welche und davon auch noch welche. Was hast du hier für ein Problem? Wir haben die Akte-Kasteile abgeschlossen. Notmottes bereit. Mehr Tee. Wir haben die Raketen. Strom reicht noch. Das ist in Ordnung. Optik aktiviert. Ja, ich muss meine, gegen meine, ähm, die Verräterin ankämpfen. Die uns bei der letzten, weißt du, da warst du noch dabei, bei diesem Tempelangriff, äh, wo die uns in den Rücken gefallen ist. Da, ähm, ist die uns ja in den Rücken gefallen und deswegen... ...kommen wir jetzt dazu, Rache zu nehmen. So eigentlich... ...die Hoffnung, so. Der ist noch da, aber... ...angeschlagen. Gut, läuft. ...abgeschlossen. Äh. Äh. Skorpion ist bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, ja. So. Baut abgeschlossen. Systemcheck, okay. Skorpion ist notmottes bereit. So, okay, den haben wir. So, mit der Verteidigung aufbauen. Waffen initialisiert. Okay, der ist, der ist fertig. Ich warte. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Systeme aktiv. Avatar. Upgrade. Oder mal den Notmott. Waffen initialisiert. Oh, der ist auch... ...der ist auch fit. Ich warte. Dem fehlt noch was. Skorpion ist bereit. Ähm, sieht's hier hinten aus. Ja, sieht doch gut aus. Aufgeschlossen. Initialisiert. Skorpion ist bereit. Natürlich. Geht mal dorthin. Notmott ist bereit. Gehen wir auf die Jagd. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, dann komm doch. Da hat keiner Angst vor. Nicht mehr. Wo wurde das? Ja, sehr gut. So, die, wie gesagt, wir haben jetzt mal ausrüsten. Sehr schön. Unsere Waffen initialisiert. Her damit. Er versucht schon wieder. Ich warte. Sammler, Sammler, Sammler. Alter, diese Ratte. Einheit in Sicht. Vertigo. Das ist den Trick, okay. Notmott ist bereit. Einheit wird angegriffen. Feuere, Zerstörung. Ziel wählen. Betriebsverleidung. So. Initialisieren. Dass er mir einen Sammler kaputt gemacht hat, finde ich jetzt wieder ganz, ganz uncool. So. Notmott. Feuerdinger. Atomrakete bereit. Uh. Atomrakete bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Jetzt wird's gleich lustig. Jetzt wird geerntet. Jetzt wird geerntet. Atombombe. Ziel wählen. Aber warte. Vorher machen wir mal. Speichern. So. Ziel wählen. Atomrakete gestartet. Warte Bumse. Aber ich hab so ein Gefühl, dass das nicht gut war. Na doch. Alles gut. So langsam können wir daran denken, mal ein bisschen voranzugehen. Feurige Zerstörung. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, ja. Avatar. Notmott ist bereit. Her damit. Holt euch das. Ich warte. Fit. Räume weg frei. Waffen initialisiert. Fit. Notmott ist bereit. Ich warte. Was fehlt hier noch? Irgendwatt, ne? Notmott ist wahrscheinlich. Stealth-Panzereinsatz bereit. Notmott ist bereit. Tiberium wird abgebaut. Angriff! Ihr seid ja auch Hardcore-Jer2. Dies wunderbare Leuchten. Erbt so viel nie gekannt. Weil Tiberium ist die Lösung, um zu reichen, der mitreit. Mach mal hin, ne? Notmott ist bereit. Betriebsbereit. Upgrade läuft. Ich warte. Sehr schön. Her damit. Holt euch die Sachen. Nehmt das mit. Und dann gehen wir mal vor. Ausbildung. So. Gut, hier ist alles grün. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, ja. Die Wunderschaft vertraut mir. Da habe ich keine Angst vor, Mann. Aber der ist auch fertig. Sehr gut. Dann mal dahin. Der ist sowieso fertig. Notmott hat er schon. Okay, Jungs. Ihr. Ich hänge sie alle ab. Die Bruderschaft vertraut. Der Flotzeit verbreitet. Geht jetzt mal vor. Feindliche Einheiten in Sicht. Die Bruderschaft vertraut. Zerstörung. Los, los. Marsch, marsch. Schnell. Die Leiter flott. Schnell. Angriff. Einheit wird angegriffen. Dann macht man ein bisschen was kaputt hier. Los, los. Das wird geerntet. Feindliche Waffen in Sicht. Und langsam gehen die mir hier so ein bisschen auf den Puffer. Avatar. Feindliche Einheiten in Sicht. Initialisiert. Das hat er, das hat er auch. Waffen initialisiert. Sehr schön. Notmott ist bereit. Oh, der ist auch fertig. Ein Vorrang. Unser Stoß. Avatar. Alle Systeme bereit. Okay. Saltak. Betriebsbereit. Sehr schön. Mhm. Saltak. Oh, der ist. Seindliche Einheiten in Sicht. Den müssen wir reparnieren. Temperatur läuft. Unzureichende Mittel. So. Ich warte. Du wirst der Nächste. Natürlich. Und du. Mach keinen Mist. Die Ebelung ist Macht. Dies wunderbare leuchtfeurige Zerstörung. Wir wollen schon wieder in der Botanik hineiern. Grüne Fälle laufen zu den Kustaden. Wir bleiben. Skorpion ist bereit. Waffen initialisiert. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, ja. Skorpion ist bereit. Von mir aus doch. Reinigende Flammen. So, hinterher. Schon wieder. Ihr sollt jetzt gerade nicht abbauen. Mann, 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 Mann. Wollt ihr gar nicht. Ich muss das nachwachsen lassen. Mensch. Betriebsbereit. Interessant. So, holt euch jetzt mal die Sachen. Ich warte. Feindliche Einheiten in Sicht. Sehr schön. Holt euch die Sachen. Tiberium ist die Nühe. Uh. Avatar. So, der Nächste, der fertig ist. Vorwärts. Ich warte. Der ist fertig. Stimmt. Initialisiert. Dem fehlt noch irgendwas. Upgrade läuft. Ich warte. Der ist fertig. Avatar. Sehr schön. Läuft doch. Feindliche Einheiten in Sicht. So, dann. Jetzt nimm dir das. Und dann bist du hoffentlich auch fertig. Hallo. Nimm dir den. Interessant. Gehen wir auf hier. Initialisiert. Okay, bist du fertig? Bist du fertig? Nein, auch nicht. Dem fehlt bestimmt noch Flammenpanzer. Schirmt die Tanks ab. Dem fehlt bestimmt noch die Flammenpanzer. Und dann gehen wir voran. Ich will dann die Silos noch holen. Optik aktiviert. Feindliche Einheiten in Sicht. Ähm. Waffen initialisiert. Upgrade läuft. Initialisiert. Na, sehr gut. Na, was brauchst du denn noch? Ah, bestimmt ein Stealthpanzer. Boah, ist dem noch? Stealthpanzer brauche ich noch. Na gut. Brauchen wir Stealthpanzer. So. Das Einfachste wäre natürlich, ich würde sie hinfliegen. Ähm. Ich finde hier bei Nott die Verteidigung flexibler. Dass ich die hier so hinstellen kann, wie ich das möchte. Das ist ein bisschen besser gelöst. Und ich finde die Avatare ganz cool. Aber normalerweise hat alles seine Vor- und Nachteile. Das ist ein bisschen besser. Okay. Nee. Geh da hin. Wie sieht es aus hier? Stealth-Einheit. Will der nur noch abgewählen? Komplett. Und dann rück ich vor. In Wartestellung. Waffen initialisiert. Zahltag. Hol dir den mal. Einheit verloben. Sehr gut. Dann ist er jetzt fertig. Vorwärts. Was magst du denn eher? Auf zu den Kristallen. Einheit in Sicht. Nott oder GDI? Räume wegfrei. Los geht's. Auf geht's. Das machen wir erstmal hier vorne. Ein bisschen weg. Roger. Dachte ich mir. Feindliche Einheiten in Sicht. Ziel wählen. Atomrakete gestartet. Machen wir ein bisschen Dampf hier. Perfekt. Die sind genau richtig reingekommen. So muss das sein. Endlich. So, jetzt holen wir uns die Silos. Nehmen wir aber die Mutanten auseinander. Okay, komm. Perfekt. Sehr gut. So. Wo sind meine... Was brauchen Sie? Vertrauen Sie mir. Brauch noch mal ein bisschen mehr. Ich höre. Wir sind die Auserwählten. Marsch, marsch. Bau abgeschlossen. Aufpassen. So, okay. Geht mal dorthin. Fahre in Position. Du kannst hier schon mal wieder anfangen. Die Vertikobomber sind auch fertig soweit. Feindliche Einheiten in Sicht. Ungeeigneter Bauplatz. So, Strom. Und dann geht's halt los. Stealthpanzer Einsatz bei der Mission. Ein Ziel. Zeit, dass wir hier losgehen. Schon ja viel zu lange hier rumgeeiert. Ich kann Ihnen helfen. Ich höre. Übernehmen die Silos. Gebäude besetzt. Schön. Perfekt. Ach, da kommen sie schon wieder runter. Na schön. Dann geht's jetzt los. Kümmer ich mich mal um euch. Ja, kommt nur ran. Macht nur. Kommt nur her. Der Panzer ist einsatzbereit. Die haben ja keine Ahnung. Wie lautet der Plan? Der Panzer ist einsatzbereit. Strahlen kann ohne einsatzbereit. Da kommt er nicht gegen dran. Avatar. Okay, du. Waffen initialisiert. Marsch, marsch. Roger. Zeit zum Aufräumen. Feindliche Einheiten in Sicht. Strahlen kann ohne einsatzbereit. Ziel bestimmt. Ziel erfahrt. Dachte ich, wie sie sich pulverisiert. Sehr gut. Strahlen kann ohne einsatzbereit. Jetzt wird's aufgeräumt. Stealth-Panzer einsatzbereit. Pustet ihn weg hier. Ja. Endlich. Roger. Na, da ist noch Energy. Rück hervor. Na komm, zeigt mir, was ihr könnt. Wenn ihr alle auf Stufe 3 wärt, das wäre der Hammer. So, jetzt machen wir mal ganz kurz nochmal einen Break und nochmal ganz kurz speichern. Okay. Der kann auch weg. Weiter geht's. Neuntausende. Wenn ihr einmal durch bist, ne, sag ich mal, dann hast du auch kein Problem mehr. So, mach die weg hier. Zerstören. Einheit wird angegriffen. Dachte ich mir. Mal gucken. Roger. Ziel bestimmt. Roger. Money, money, money. Räume wegfrei. Angriff. Ha, 16.000. Voll, mehr geht grad nicht. Und feindliche Einheiten in Sicht. Ja. Das ist heftig. Hatte ich auch jetzt lange Zeit nicht mehr. Ähm. Okay. Holen wir mal ein paar hierher. Ah, ja. Wo geht ihr denn? Wo wollt ihr denn hin? Seid ihr doof? Warum rennt ihr hier weg, ey? Die Bruderschaft vertraut. Da hat sie mich einfach und zerlegt. Die Bruderschaft vertraut. Und das ist kacke. Neuer Kurs. Die Bruderschaft vertraut. So, hier hin. Nein, hier. Die Bruderschaft vertraut. Roger. Weiter. Mach den kaputt. Die Bruderschaft vertraut. Den noch kaputt. Und den noch. Und jetzt warten. Hat nur Flugabwehr. Wir bringen euch hin. Und abladen. Einheit wird angegriffen. Mhm. Die Typis. Schieß doch alles, was sich bewegt. Sie los benötigt. Ja, ja, komm. Machen wir die Typen hier, die Selbstmordattentäter weg. Stealth-Einheit geordnet. Wir haben Killian in die Enge getrieben. Mhm. Ja, mach mal das Flugding da weg. Das ist in Ordnung. Du übernimmst das Ding jetzt. Dann sollten wir die Mission auch geschafft haben. Hoffe ich doch zumindest. Oder auch nicht. Oh, shit. Äh, okay. Äh, es ist doch noch nicht. Okay, 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 okay. Äh, warte mal. Erstmal brauchen wir Strom. Äh, Momento. Äh, was ist das hier? Warte mal. Hier ist die. Okay, die können wir ja mit der Atomrakete wegmachen. Sie wählen. Atomrakete gestartet. Das ist ja kein Problem. Feindliche Einheiten in Sicht. Ziel wählen. Okay, ich brauche jetzt definitiv nur Einheiten. Ähm. Ausbildung. Mach mal, mach mal, mach mal. Feindliche Basis in Sicht. Silos benötigt. Ja, 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 ja. Nicht mehr lange. Okay, das Ding ist nur noch nicht. Strahlenkanone einsatzbereit. Ziel wählen. Machen wir mal so. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. So, mach mal so. Und. Feindliche Einheiten in Sicht. Nehmt ja immer noch. Mann, 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 Mann. Na gut, dann machen wir es halt anders. Strahlenkanone einsatzbereit. Haben wir ein Ziel? Dann machen wir erstmal das jetzt weg. Oh, die kommen. Luftangriff bestätigt. Wir müssen hier jetzt standhalten. Betriebsstrahlenkanone einsatzbereit. Kein Problem. Tarnung anmachen. Und Verteidigung hinbauen. Strahlenkanone einsatzbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Einsatzziel erreicht. Nordmott ist bereit. So, einen haben wir schon mal erledigt. Den Gast kriegen wir auch noch hin. Nordmott ist bereit. Bauhof. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Nordmott ist bereit. Die Bruderschaft vertraut. Initialisiert. Na, macht mal. Avatar. Die Bruderschaft vertraut. Nordmott ist bereit. Jetzt sind sie dran. Ja, macht mal. Die Bruderschaft vertraut. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Nordmott ist bereit. Nordmott ist bereit. Die Bruderschaft vertraut. Volle Poleranda. Gehen wir auf die Jagd. Die Bruderschaft vertraut mir. Gehen wir auf die Jagd. So, sehr gut. Okay, Jungs, Jungs, Jungs. Gehen wir auf die Jagd. Ähm, wo seid ihr denn hier hinten? Kann ich Ihnen auf die Jagd? Ich weiß, was Sie meinen. So, Jungs. Invasion der, äh, Dingsbums. Der... Ah, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Die GDI hat Ayersrock infiltriert. Ziel wählen. Abwarten. Haltet die Augen auf. Einheit wird angegriffen. Boah. Diese Scheiß... Diese verdammten Dinger. Diese verdammten, äh... Jetzt sind sie dran. Einheit verloren. Skorpion ist bereit. Kommt. Einheit wird angegriffen. Setz auf. Bau abgeschlossen. Okay, und wir zurückziehen. So, okay, wir... Wir sind jetzt mal ganz frech. Bau. Ganz einsatzbereit. Eine Mann zurück. Bau abgeschlossen. Jungs, übernimmt das mal. Gebäude besetzt. Neue Bauoptionen. Ähm, bewegen. Arbeiten wir zusammen. Bringen wir den mal weg. Mobiles Baufahrzeug ist einsatzbereit. Sie meinen. Marsch, marsch. So, da liegt... Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Boah, hier lebt ja noch einer. Feindliche Einheiten in sich. Ach, verdammt. Hm. Oh, drei von denen. Was ist denn mit dir los? Der hängt fest. Ich werde uhrer. Die hängen ja alle fest. Ja, komm, ich brauch dich aber. Ähm... Ich bin den hier. Ausbildung. Stealth-Panzer einsatzbereit. Atomrakete bereit. Die Bruderschaft vertraut. Die Bruderschaft vertraut. Ziel wählen. Atomrakete gestartet. Let's rock. Die Bruderschaft vertraut mir. Einheit wird angegriffen. Einheit verlobt. Die Bruderschaft vertraut mir. Ups. Stealth-Panzer einsatzbereit. Kann ich Ihnen helfen? Da waren wir ein bisschen böse. Das könnten wir brauchen. Vertrauen Sie mir. Aber die holen wir uns jetzt mal. Einheit geworden. Betriebsbereit. Ich warte. Stealth-Panzer einsatzbereit. Stimmt. Man macht den kaputt. Dann komm. Unterstützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Stealth-Panzer einsatzbereit. Sehr gut. So. Marsch. Marsch, Marsch. So, wir gehen mal ran. Wollen wir mal ein bisschen Dampf machen. Jetzt sind wir da. Ziel wählt. Einheit verlobt. Wo? Einheit wird angegriffen. Äh, zerstöne die DJ-Bars. Okay. Stealth-Panzer einsatzbereit. Ziel wählt. Alter! Alter! Ziel wählt. Boah, alter Falter. Strahlenkanone einsatzbereit. Was ist denn hier schon wieder los? Avatar. Ziel wählt. Lasst euch doch nicht wegknallen hier. Mein Gott. Die sich hier eiskalt wegknallen lassen. Ausdehlen. Wir haben die Raketen. Ich warte. Rückzug. Ziel bestimmt. Wir haben die Raketen. Avatar bereit. Da lebt ja immer noch einer. Waffen initialisiert. Ziel wählen. Wir haben die Raketen. Einheit wird angegriffen. Schieß doch alles, was sich bewegt. Wir haben die Raketen. Ich glaube, ich muss da mal für, äh, für Dings sorgen. Einheit befördert. Sterbssystem okay. Wir haben die Raketen. Schacht öffnen. Wir haben die Raketen. Mann, 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 ey. Wir haben die Raketen. Der kommt da andauernd an die Schissen. Wir haben die Raketen. Okay, dann machen wir es anders. Sonder wird angegriffen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Was fährt er denn hier hoch? Also, ganz ehrlich. Ausbilder. Wir haben die Raketen. Venoms. Wir haben die Raketen. Kalibrierung abgeschlossen. Wir haben die Raketen. Run hier. Koordinaten erfasst. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Mehr, mehr, mehr. Sammler wird angegriffen. Ja, natürlich. Wenn du auch da hochfährst, du Held. Echte Helden. Ertet so viel, wie ihr könnt. Vor allen Dingen, total leer, ne? Total leer. Auf Patrouille. Wir haben die Raketen. Bau unterbrochen. Rote uns erst mal die hier. Ich warte. Ähm, den hätte ich auch gerne noch. Dann wird doch noch ein bisschen eng. Ich muss da eine Atombombe reinknüppeln. Hilft ja nix. Unglaublich. Jetzt greifen sie die Dinger hier an. Einheit wird angegriffen. Oh, dieser verdammt denn. Und unseren Beutel zurück. Der Leiter bereit zum Abheben. So, jetzt reicht's mir hin, ja? Ziel wählen. Atomrakete gestartet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jetzt macht's kavum. Okay, Jungs. Waffen initialisieren. Die Währung ist Macht. Auf zu den Kristallen. Alles, was wir jetzt haben, schlagen wir los. Geht klar. Zieht jetzt los. Betriebsbereit. Das Tiberium wird uns befreien. Na, Jungs. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Komm schon. Die Bruderschaft vertraut mir. Willst du jetzt wissen? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ja, von mir aus. Das holt euch da. Das ist mir egal. Ja, holt euch das hier noch. Holt euch die ganzen Sachen. Und da kommt er schon wieder. Ja. Sehr gut. Okay, alle mal ein bisschen zurück. Alter, Alter. So. Ja, natürlich. Was will der denn jetzt hier? Einheit gefördert. Ja. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Aber Kahn. Bereit zum Abheben. Jetzt drück mal. Macht kaputt. Guardian-Kanone kaputt machen. Ziel erfahren. Die Bruderschaft fehlt abgebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Ja. Und macht ganz schnell das Ding kaputt. Drücke vor. Einsatzziel erreicht. Einheit nur gleicher bereit zum Abheben. Boah. Mission erfolgreich. Puh. Die war dann doch noch ein bisschen anstrengender. Immerhin. Akt 5. Akt 5. Ja, mal schade. Aber Zweifel sind ein Geschwür, das ausgemerzt werden muss. Ich habe dir alles gegeben, Killian. Eine eigene Armee, einen Platz in meinem inneren Zirkel, eine Zukunft. Jenseits deiner wildesten Träume. Und alles, was ich dafür wollte, war dein Glaube. Mein Glaube ist stark. Ich glaube an die Bruderschaft und ich glaube, dass sie ihre Anhänger aufgeben. Eine Verbindung mit Ajay. Erzähl's mir, Ajay. Sir? Erzähl mir nochmal von Sarajevo. Ah, naja, das ist nicht einfach. Ach. Du sagtest, Killians Truppen hätten den Commander überfallen. Es waren nur Deserteure. Ihr Anführer war ein GDI-Spitzel. Du sagtest, sie hätte nicht nur mich selbst und meine Minister, sondern auch die Zukunft der Bruderschaft gefährdet. Ach, Unsinn. Sie haben keine Beweise. Jenseits Glaube stand nie in Frage. Wenn er gegen dich aussagt, ist mir das Beweis genug. Ich, ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich Killians Truppen dort gesehen habe. Du hast mir versichert, dass sie gegen mich intrigiert. Ja, du hast sie als Verräterin bezeichnet und wir beide wissen, auf Verrat steht der Tod. Waren es Killians Truppen, Ajay? Das Urteil liegt in deinen Händen. Nur zu, Ajay. Verurteile mich nur. Das wolltest du doch immer, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sicher sagen, was Killian vorhatte. Es ist alles so verwirrt. Okay. Ich wollte doch nur das Beste für Nortuus. Gratulation, Ajay. Du hast die Prüfung deines Glaubens bestanden. Kommande, ich hatte es prophezeit. Ein Platz in meinem inneren Zirkel ist gerade frei geworden. Gratulation, du bist jetzt meine Nummer zwei. Geht jetzt. Für die Akten. Ich hatte nie vor, den Krieg gegen die GDI zu gewinnen. Das war's, was Killian einfach nicht begriffen hat. Die GDI hat den Tacitus immer als Warnung vor den Besuchern verstanden. Und ich sah die Chance für mich, eine überlegene Rasse auf die Erde zu holen. Eine Rasse mit großem Wissen über das Tiberium. Laut des Tacitus würde eine Flüssigtiberium-Explosion das Besucherspähschiff alarmieren. Aber unsere Experimente missglückten. Wir erreichten nicht die benötigte Sprengkraft. Deswegen begann ich den Krieg gegen die GDI, um einen Angriff ihrer Ionenkanone zu provozieren. Laut meiner Forschungsminister war nur ein Ionenstrahl in der Lage, das Flüssigtiberium zu zünden. Natürlich hatte ich so ganz nebenbei vor, die GDI zu schwächen. So konnten die Besucher erstmal ihre Mission beenden. 19 dieser Türme wurden inzwischen weltweit errichtet. Jeder Einzelne wird bald ein Portal sein. Ein interstellares Sprungbrett in neue Welten. Unglücklicherweise sind die Türme kodiert. Keiner kommt hinein ohne einen Code. Ich glaube, er befindet sich in ihren Relaisknoten. Du musst auf der Stelle eine dieser Anlagen erobern. Sie sind der Schlüssel für unsere Zukunft. Jo, jo, ne? Aber wie das weitergeht, das sehen wir am nächsten Samstag. Danke fürs Zusehen. Und hinterlass gerne ein Däubchen auf YouTube. Und ja, wir sehen uns nächsten Samstag mit der GDI. Und am Montag mit wahrscheinlich mal was Neuem. Ich tendiere dazu, Stellaris mal auszutesten, mal anzutesten. Mal ein bisschen was Weltraummäßiges zu machen. Aber genauere Info werdet ihr noch bekommen. Und wie gesagt, danke fürs Zusehen heute. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss.